Ich bin total aufgeregt, ich freue mich sehr, dass viele Leute gekommen sind wie letztes Jahr und es ist ein sehr schönes Gefühl, dass der Film jetzt auf die große Leinwand kommt. Ich fühle mich toll, ich freue mich auf den Film, ich finde es schön, dass hier so viel los ist. Es macht Spaß hier zu sein in Köln, hier die Premiere zu erleben und es ist toll, mit dem ganzen Filmteam wieder hier zusammen zu kommen. An den Kindern sieht man, was so alles passiert ist in dem einen Jahr, weil die sich unglaublich rasant weiterentwickelt haben und ich bin total froh, heute wieder hier zu sein. Wir sind jetzt alle eine Familie, wir kennen uns auswendig. Wir sind ziemlich zusammengewachsen, wir verstehen uns alle super gut. Wir haben uns jetzt lange nicht gesehen, ich freue mich total, hier alle wiederzusehen. Wendy wird älter, das heißt, kommt in Pubertätsnähe, das heißt, noch undefiniert ist auch ein Junge irgendwie im Spiel, der natürlich auch reitet. Ein neues Pferd, eine neue Person und dementsprechend auch neue Punkte in der Geschichte, so Freuden und Konflikte. Gule ist schauspielerisch ein enormes Talent und sehr, sehr professionell. Also das ist super und ich kann es auch beeindrucken, wie sehr sie bereit war zu trainieren. Sie ist wirklich ein ganz tolles Mädchen. Großartiger Familienfilm mit viel Herz und viel Spannung und schönen Bildern. Großes Feuerwerk. Ein Wechselbad der Gefühle. Es gibt ganz viele dramatische Szenen, es gibt ganz viele tolle Pferdeszenen. Wenn Sie aus dem Film rausgehen, wenn Sie wissen, wie wichtig Freundschaft ist und wie toll eine Freundschaft ist. Herzlich Willkommen zur Weltpremiere von Wendy 2. Wendy! Voll lecker, Oma. Nee, Lopé, das ist Dixie. Ihr werdet sicher schnell Freunde. Muss nicht eifersüchtig sein, Dicca. Hat euch der Film gefallen? Ich bin also die Sura, Hanno Older. Hallo, schön, dass ihr alle da warst. Frau Maren Kräumer. Jasmin Gerhard und Benjamin Sackler. Können wir mit den Füßen schrappeln, dabei klatschen und ihren Namen rufen? Wendy! Auf die Bühne bitte, unsere Wendy, Jule Hermann. Ich habe einen riesen Grinsen im Gesicht. Der zweite Teil von Wendy ist richtig, richtig gut geworden. Ich bin ein Freund dafür immer, weil einfach genau auch im Film und ich fand ihn richtig schön, traurig. Also mir kamen zwei mal fast voll die Tränen. Ich fand ihn sehr spannend und auch lustig zu sehen. Also ich fand ihn sehr toll. Tolle Bilder, tolle Emotionen und wirklich ganz toll gespielt, auch von den Schauspielern. Das ist alles möglich, alles möglich, alles möglich.